das sieht echt gut aus nein komm auch ab oh du schon wieder ich glaube nicht dass ihr armen Ritter mir dieses mal helfen könnt ok ok stimmt ich brauche die Verwandlung um mit denen zu reden beziehungsweise um denen ihre Aufgabe zu erfüllen was ist das äh äh schild Warnung, Baustelle bitte besuchen sie den Sehenswürdigkeiten bitte besuchen sie den Hauptbereich oder kehren sie auf ihr Zimmer zurück hm ok gibt es auch Verwandlung könnte eventuell äh ich weiß ja nicht zu was wir werden Warnung, Baustelle ja 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 das kann man schon ok das ist auch Baustelle aber das kriegen wir doch eigentlich kaputt oder ne so geht es gar nicht kaputt ja auch war ein Bausteller ja war ein Bausteller hm hm ja der gibt schon wieder so eine Million Sachen zu tun da oben steht auch schon wieder so Kollege ich suche eigentlich erstmal den guten alten Drauser und wieder uns die Fähigkeiten verkauft hier bist du ein hier ist ein Chef dabei ah guck mal hier ist hier ein Chef ja wie siehst du denn aus ah da hast du bloß wieder die Mütze auf na gut äh was ist das ähm ok wo geht es lang auf jeden Fall da drauf und dann irgendwie da weiter alter und jetzt kann man eine elektrische Fliegen klatsche hallo äh und jetzt haha ich hab dich gehört wo denn aber nicht der unsichtbare oder der unsichtbare zeigt sich ja relativ auf ja das Spiel hier läuft nicht dann wir brauchen ja mal zuhause hm jetzt kommen wir hier hoch jetzt geht es auch hoch hä jetzt kommen wir gar nicht hoch ok dann vielleicht von hier und das sind schon viele Fehlern Hubbelo aber ich habe mich hat die Minigolfanlage gesehen Prozent der Kapital B die ganze Zeit redet wurde mit einem anderen nach wurde mit dem achten böse nicht um Minigolf spielen wollte nein wir haben Augen das wollen die Verlangen ja haben ja und ich habe schon in der mürgermeister nach dem ab zu haben Prozent um hat immer schon weg alle was soll ich schon wieder dass er oben ist auch noch was aber wo ist hausers minigolfanlage vielleicht kommt man nur hoch um dann also auch noch was ja wir müssen weiter vor um ihn zu finden alter diesen laser fischer den pool habe ich noch gar nicht realisiert was alter gar kein ende das ist irgendein minispiel aber wir suchen taus aus wir können das mal kurz lösen da kommt schon die reihenfolge wieder dieselbe ja ist er hä Okay, nur sagen wir mal mit der Kirsche. Es gibt ja keine Kirsche. Okay, dann lösen wir die einfach mal aus. Hä? Das ist der linke. Das ist der rechte. Das ist die Mitte. Alter, was für ein Betrüger-Casino hier. So. Nee, das ist die Mitte. Das ist die Mitte. Das ist der linke. Genau. Jetzt zu ihm. Das ist die Mitte. Na, verdammt. Ja, ja, komm. Noch mal. Danke. Das war links, das war Mitte, das war rechts. Glaube ich zumindest. Ja, zu früh. Ja, hm. So. Ähm. Da war die Mitte, genau. So, und das ist der rechte. Ich bin mir nicht sicher, ob das Absicht oder ob da einfach vielleicht was falsch platziert wurde. Geil. Geil. Dein fünf Stück. Ist das? Das kenne ich. Wir stellen uns auf den Schalter und pusten den Ball durch den Kurs. Das ist einfach. Hä? Okay, wir haben zwei Minuten dafür. Hä? Nein, 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 was mache ich denn? Jetzt rolle aber auch da durch. Nein. Hä, wie kommen wir denn? Jetzt, ja. Und nach oben. Hier müssen wir einfach oben bleiben. Der müsste uns ja dann mit rumschieben eigentlich. Jawohl. Das müsste ja jetzt eigentlich auch ganz gut gehen. Na, komm mal, da war es zu spät. Optimal ist es, wenn wir einfach da drinnen landen. Das Geräuschkulisse geht mir jetzt sogar schon auf den Kekse. Hä? Na, da müssten wir nämlich gleich auf der richtigen Seite. rausfallen. Ähm. War so mein Plan. Was scheinbar nicht ganz so klappt. Okay. Na, komm, 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 komm. Oh, nein. Ja, wir schaffen ja eh nicht mehr. Können wir nicht abbrechen? weit genug er hat in der von euch zufällig nicht mehr müssen schmetterlings schanker jetzt habe ich das gesehen wir haben schon sechs stück oder wir haben schon sechs stück und ich sehe da 123 dahinten auch schon alle hat man dieses kleine mini game ja 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 das können wir müssen weil und auch nach oben sonst ja eigentlich schon reichen kaum runter aber rolldurch und ab nach oben bitte So, wie kommen wir da unten jetzt gleich am blödesten vorbei? Hm. Ich glaube, ich weiß, wie es ist. Nein. Ich wollte da auf die Spitze fallen. Aber das könnte auch gehen. Verdammt. Sind wir echt da rein? Dann kommen wir uns hier raus. Ja, 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 ja. Auch schon für eine Minute. Na, nach oben. ja nein und egal werden sowieso auf den erwarten der uns gleich rumschiebt gucken dass er vielleicht gleich passend darunter fallen nur 40 Sekunden also nicht passend aber doch dass es passend weil der uns da reinschmeißt und zwar genau jetzt ja wie sie wir brauchen nur plus 10 oder so viel zu viele hier mein dankeschön aber 13 wie viele pages können wir uns in der abholen wird das schon gemacht wir brauchen sowieso alle jetzt wieder richtig rum dankeschön jetzt noch mal so baustellen wir müssen uns bestimmt verwandeln wo ist denn draus das oh nein weil wir werden nicht richtig deftig belohnt na das war viel zu früh na komm schon aber ich bin ne Millisekunde ach manne ah los 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 da ein blöder leser gemütlich an den Zeigen die Zeit wird ein Blödsinn um das war knapp die nein mit dem viel früher machen sollen Shit. Na, jetzt. Mach doch mal. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Ah? Ah? Was darfst du gerade wie am Schnürchen hier? Jawohl. Hä? Okay, ich hoffe, ich kann noch. Nein, was ist das denn? Huch, hab ich gleich verschreckt ein Mikrofon umgeschmissen. Jeder Knopf, nicht hoch. Hä? Ach, war buggy. Haben es alle gesehen, es war buggy. Mann, jetzt hat es so spitze geklappt. Ja, jetzt ist es natürlich wieder vorbei. Ach, Mann. Hm. Na, wieder zu spät. Ach, Mann. Der hat gerade so schön geplackt, ey. Na, mach ich denn? Ähm. Okay, okay. Langsam jetzt. Ah, schön. Jedemal da drauf. Hä? Na, viel zu spät. Kann ja nicht wahr sein. Scheiße, ey. Das zählt das jetzt, ey? Ich mach lieber nochmal. Och, shit, ey. So. Wie hab ich denn mit dem zweiten nicht so? Ja, diese Geräuschkulisse ist aber auch echt... Ach, Mann. Womit ich mal im zweiten immer so spät? Das klingt nicht gerade übel. Ich kippte das Kotzen, ey. Was sie eigentlich schon geschafft haben. Diese Geräuschkulisse ist echt nervig. Ach, Mann. Scheiße, das ist so. Ja. Ja. Ich bin ein blöder Klinger. Ach, geh. Oh, geh nur weg. Ey, bin ja übelst weit weg. Und fahr weiter. Oh, das hat die Wahrheit. Oh, das hat die Wahrheit. So. Mal. Trifft dich mal an die Tassen. Ah, das ist doch nicht wahr. So. Edelblau, dann kommen die zwei. Na, schön mitgestellen. Hier kommen sie wieder nach der Banane. So, hier wieder nach der Banane. Ne, ne, ne. Na, aus vom Apfel. Das ist die Kirche, dann der Apfel. So, jetzt um den Knochen, komm, komm, komm. Ah. Wenn mich jetzt der Laser trifft, ne? Nein, nein, fuck. Ah, was? Ah. Ah, es ist doch nicht wahr. Moment. Ich trinke mal ganz kurz einen fixen Schluck. Das ist ja zu kotzen, ja. Bei drei mag das ja noch gehen. Oh, das ist ja echt fies. Alter, wenn wir ja nicht mindestens 10 Millionen Münzen rauskriegen, ja? So, jetzt, jetzt auf hier zwei. Er hat sich benommen. Machen wir mich hochkonzentriert an hier. Ah. So, jetzt, ne? Fehlt das? Ich, ich probier's mal. Glaube nicht. Ah, der war ja voll daneben. Ah, Mann. Wenn es noch länger dauert, der wird das die ganze eigene Folge, ey. Nein, shit. Ah, war ich zu vorheilig. Ah. Na, jetzt war ich zu schnell. Nein, Mann. Alter, gib mir. Ey, wenn das hier nicht Münzen regnen, ne? Blödes Casino. Ah, aber dann wird er randaliert. So, der hat getroffen. Alter, man möchte es ja, dieser blöde Laser, ne? Ich hab das genau im Blick, ja. Na ja, langscannt. Ja, ja, ja. Komm, komm. Jetzt den letzten. Gib mir den letzten, bitte. Nein, zu früh. Oh, Mann. Shit, ey. Ja, der war viel zu früh, das war ich grad. Oh, Mann. Das dauert ja noch ewig hier. Dass es so weitergeht. Mann, der war viel zu spät. Du Laser, hau ab. Niemand mag dich. So, ob wir nicht wieder beide Knöpfe treffen. Das zählt. So, jetzt, komm. Jetzt, komm. Na, da war der viel zu früh. Ach, Mann. Warte, was? Irgendwann haben wir vorbeigeflogen. Ich bleibe jetzt so lange hier, bis ich das geschafft hab, ne? Nur, nur, damit du das wirst. Ach, Mann. Ja, jetzt, jetzt wär's schon wieder hektisch. Das darf mir hektisch werden. Dann haben wir ja noch 10.000 Versuche. So. Ja, komm. Gib mir eine Million Münzen hier. Oh, weg. Weg von diesen blöden Automaten. Böder Automaten. Aber es schlägt sich trotzdem an. Jum, 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 jum. Jum, 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 jum. Nur weg, hier. Boah, krass. Danke, danke, danke. Ich suche Tausers. also die lauter Minigames um erlärten mit einem mit einem Schmerzling mit 22 22 22 auch Mainz und wird damit haben wir anfangen wo ist ein Pausam die Hände in der Nähe gibt es nicht heute gibt es heute gibt es heute der Teppich sind übrigens ziemlich cool aus dem Sommer feststellen ob man es aber wo ist denn hier tauser hier können wir tonikum wechseln hier kommen wir nicht rein so wie es aussieht ist noch baustelle hier weg hier geht's raus da ist er doch jetzt sind wir da vorbeigelaufen dann dreht er sich mit lieber nicht kapital b hast du was schönes für uns bankhalter wir haben jetzt wohl gewinn morgen jaja sieht so aus dann nehmen wir gewinnen mit zwei regner er habe so fünf uhr nein es fehlen scheinbar noch fünf gewinn morgen bevor ich euch an gegeben muss muss weil ich muss er muss aber ja muss ich würde da hinten gucken wir haben ja wir haben bei 300 willkommen meine spezies in tausas exklusiven outlet meinst du mit exklusiv dass wir deine einzigen kunden sind all dieser glanz und glamour erinnert mich an meine gloria zeit in der börse du hausers hoch riskante geschäfte waren legendär es wurde sogar eine währung nach mir benannt das ist wirklich interessant hausers aber mir spiel schaut es mir aus mit tricks aus jaja schaut was ich auf lager habe so und das haben wir schon 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 und bloß ein trick ok nach einem dreh spring wie die flinke gaming legende drausers selbst am bist du sicher dass du diesen trick willst ja du hast ja kein anderen mein freund warum geht es bei dem trick pausers schön dass du fragst mit diesem nächsten trick kannst du einen dreh sprint ausführen wie die flinke gaming legende drausers seltsam wir haben noch nie gesehen dass du dich überhaupt bewegt hätte ich bin schnell wie der blitz